Der Mauerfall ist der glücklichste Moment in der neueren deutschen Geschichte. In jener Nacht stand ich auf der Mauer vor dem Brandenburger Tor mit tausenden anderen. Und die Stimmung damals in dieser Nacht war eine Mischung aus Freude, aber auch Unsicherheit. Die ostdeutschen Volkspolizisten haben mit Wasserwerfern versucht, die Demonstranten von der Mauer zu holen. In dem Moment war noch nicht klar, dass die Geschichte ein so glückliches Ende nehmen würde. Die Berliner Mauer war auf der Westseite voll von Graffitis wie diesen. Es gibt da noch viele Wolle. In Japan gibt es vielevoczen. Und irgendwas kann das tatsächlich ändern. Wie man jeden Tag tun kann, kann man mich LOOK Ihnen machen und es kann man sich vorstellen, dass sie kleine Geschichte und ihre Vergangenheit erinnern. Die Berliner Mauer war auf der Westseite voll von Graffitis wie diesen. Und dieses Jahr feiern wir 25 Jahre des Mauerfalls, also ist das ein sehr gutes Symbol dafür. Der Fall der Mauer vor 25 Jahren und das Graffito ist ein Symbol dafür, zeigt, dass Dinge möglich sind, die kurz vorher noch unmöglich erschienen, also die friedliche Revolution in Ostdeutschland vor 25 Jahren. Und andere Länder können sich das anschauen und ihre Schlüsse und vielleicht ein bisschen Hoffnung daraus ziehen. Musik 大人と大人が手を繋ぐというか、ボーダレスな社会になればいいなと思って 戦争とか多いんで、子供たちが一人でも平和な子になればいいなと思って そういうメッセージを込めて作ったんで、世界の人もそうなればいいなと思ってます。 Musik 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 Musik